Ich bin bis zum Sonntag in Norwegen und ich habe wieder gemerkt, wie gut es ist, wenn man aus dem Büro raus kann und kein Telefon hat und einfach zuschaffen kann und keine Ablenkung. Es regnet da und ist kalt, es ist irgendwie 5 Grad oder so und darum ist heute einfach so ein Arbeitstag und ich konnte so viele Dinge erledigen, dass ich so mega happy bin. Seit ich keine Wohnung mehr habe und der ganze Tiny House Umbau angefangen habe, war ich viel mehr unterwegs, auch in der Schweiz und ich bin auf Basel und auf Bern und einfach an Orten, wo ich vorher nicht war und habe dort vielleicht auch irgendwo übernachtet und das war mega schön, dass man verschiedene Orte hat, wo man hingehen kann und sein und neue Sachen sieht, aber gleichzeitig sich auch wieder nach Hause gefüllt. Das finde ich mega schön, dass ich gestern, als ich am Abend angekommen bin, da in Bergen auch gedacht habe, es ist ein Heimkommen und ich fühle mich wohl in dieser Stadt, auch wenn es regnet und kalt ist. Zurück frisch independent CAT Uhr O Oh 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 'm